Marder, Bruder, was geht ab? Oh, was geht, Bruder, Alter, wie geht's dir? Alles gut, Bruder? Ja, und selber. Bestens, Bruder, jetzt, Alter. Was geht? Bruder, gerade frisch aufgestanden, Alter. Wir haben schon 13 Uhr gestern lange Nacht gehabt, Bruder, Herz. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erst mal was frühstücken, Bruder. Und danach ein bisschen zum Training. Und dann einfach kommt ihr mal ein bisschen mit, so zeige ich euch, was ich so mache. Das ist der Mann, Alter, kommt der extra nur für den Block hierhin, bis nach Hagen. Natürlich, Bruder, für euch. Machst du zweimal halbe Hähnchen mit Pommes, willst du Mayo drauf? Äh, Mayo Ketchup. Machst du einmal Mayo Ketchup, einmal nur Mayo drauf? Ich sag immer, immer ein Lächeln auf den Lippen und positiv denken. Das ist das Allerwichtigste. So sieht's aus. Frühstücken wir jetzt erst mal, Alter. Alter, was für ein Frühstück, ja. Wo gibt es Frühstück, Bruder, halbe Hähnchen mit Pommes, ja? Sag mal ehrlich, im Auto noch. Nur hier bei uns, Bruder. Nur bei den Supremos. Stabil auf jeden Fall. Ich kenn ihn nicht, aber stabil. So, Bruder, jetzt haben wir auf jeden Fall gut gegessen. Jetzt fahren wir direkt ins Gym. Ein bisschen trainieren. Ja. Dann auch ein bisschen mit dem Mund raus. Später auf jeden Fall ins Studio. Und dann gucken wir, was der Tag so bringt, ne? Auf locker. Auf ganz entspannt. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Gut, oder? Bestens. Corona-Check. Bist du für mich hier? Nur VIP-Water. VIP-Water. Jemand dreht gut, oder? Ja. Wir kommen in den Bunker. Bruder, wir sind hier gerade bei meinem Kollegen in seinem Fitnessraum. Wegen Corona. Du weißt, alles hat zu. Alles ist gefickt, Bruder. Aber ich hab meinen Kollegen hier, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne. Der hat hier seinen Raum, Bruder, den er mir zur Verfügung stellt. Und ja, Bruder, hier verbring ich auf jeden Fall viel Zeit. Mach hier mein Training. Und ich bin momentan der einzigste Rapper in Deutschland, der wirklich Bodybuilding betreibt. Du weißt, was ich mein? Ja, Mann, geil. Ja, Bruder. So halt, ne? Geil, Mann. Wir geben uns heute ein bisschen Rücken. Und ja, zeig ich euch mal ein bisschen, wie ich trainiere. Mann, hier regelt alles, deshalb werden Drogen verpackt. Egal auf welchem Weg, hab immer meine Kohle gemacht. Ich geh mit Tritt durch die Tür, bra, mit Kopf durch die Wand. Es gibt nur Plan A, kein Plan B, Knast oder Palast. Yeah. Ich schick der Teufel dir paar Gramm indeutlich. Fick mal den Sandmann, weil hier platzen Träume, wie ziehen Sahne durch Nase. Kackenflasche von Chivas, Latinas vollen an mein Schwanz. Ich geb dir sie, sie nie wieder. Du würdest gerne sein wie wir Cousin, aber schaffst das niemals. Ich bin kein Supermarkt, aber verkaufe Ware am Fließband. Neujahrtag, doch selber scheiß, wir leben in Zeitdruck. Am Jazz, Polizeifunk, bleibf uns unter Einschluss. Jeden Abend ein Kilo Beutel schweißen, weil wir tickten Vakuum. Eigentlich sieben Jahre Kelle, aber danach Blitzentlastung. Dicke Ketten, fette Autos, Frauen um uns wie ein Saudi. Deshalb, Cash Rules everything around. Cash Rules everything around me. Cash, Cash, Cash Rules everything around me. Für die Batzen im Dollar wird die Akte noch von La. Kokain aus Mexiko und mein Haas aus Wunder. Ach, Killer. Warum? So Leute, ich geh jetzt erstmal meinen Hund abholen. Dann ne Runde mit dem Hund drehen. Ja. So halt. Jeden Tag dasselbe. Hakenab, bis Montag, ja? Ja. Schöses Wochenende. Ciao, ciao. Direkt erst mal pissen. Erst mal direkt pissen auf die ganze deutsche Rapszene, Bruder. Ein Kollege von mir. Einer, wenn ich hier vorbeigehe, Bruder, der dreht durch. Ich schau nochmal, ob der heute hier ist. Ja. Komm. Gebt ihr hier mal spazieren oder was? Ab und zu geh ich hierher, Bruder. Wenn ich so ne kleine Runde gehe, geh ich mal hierher. Ansonsten mal so ne große Runde, Bruder. Der geht jetzt erstmal scheißen. Die Leute gucken auch immer einen so dumm an. Weißt du was ich meine? Wenn ich mit denen irgendwo hergehe, Bruder. Warum? Irgendwie mal so direkt Kampfhund. Aber eigentlich voll der Liebe, ja. Wie denn bist du, Bruder? Bruder, der ist jetzt mittlerweile, ich denk mal acht Jahre alt. Aber so genau weiß man das gar nicht. Das war früher ein Straßenhund, Bruder. Ähnlich. Ja, das war ein Straßenhund. Ich hab den damals geholt, Bruder, da war der zwei. Der war herbe abgemagert. Ich hab den so im Internet gesehen, Bruder. Eigentlich, die wollten den einschläfern lassen, weißt? Weil der nicht vermittelt werden konnte. Hab ich das gesehen, tat er mir irgendwie herbe leid. Hab mich da angerufen. Hab gesagt, ich nehm den. Der war herbe abgemagert. Der war nur noch Haut und Knochen, wo ich den geholt hab, ja. Jetzt, mashallah, Alter. Guck dir den mal an. Prachtexemplar. Tag der Packets, mengenmäßig, groß auf klein. Wir drücken alles Polen, fahren nur Polizei, von Wallet draußen Schüsse fallen. Schwere Körperverletzungen auf, dein Kopf mit Gürtel, schnalle Zeuge. Tag ist Aussage, er weiß. Ich hab den Rücken warm, da gib Gas, bis ich fahre Bands. Und komme mit Straßenslang, scheißegal wie viele. Sieht gut aus, die Pappe. Auf jeden Fall. Super Hund, Bruder, sag ich dir ganz ehrlich. So, Bruder, ja. So ist mein Tag, Bruder, wenn ich nichts zu tun habe. Frühstücken, Sport, mit dem Hund ein bisschen rausgehen, ins Studio gehen, Bruder. Ein bisschen was schreiben, ein bisschen was machen. Ab und zu auch nur Beats machen oder mit den Jungs chillen. So, Bein auf chillig. So langweiliger Tag, Bruder, wenn nichts zu tun ist. Brass, ein bisschen schieben. Oh, YT. Was geht, Bruder? Was geht, Bruder? Wie geht's, Bruder? Wie geht's, Bruder? Wie geht's, Bruder? Danke, Bruder. Und dir? Bestens, Bruder. Ey, YT, was machst du, ja? Bruder, ich hab grad einen miesen Beat gebaut. Ja? So, du warst immer am Arbeiten. Bruder, jetzt, Alter. Wallah, ich wüsste, ich bin mit der EP jetzt eigentlich komplett durch. Aber, Bruder, ich brauche auf jeden Fall noch ein Brett, ja? Nee, Papa. Ich schwöre, hast du nicht irgendwas da, Alter? Der wird auf jeden Fall mies zu dir passen. Hast du hier neu gemacht, oder was? Ja, auf jeden Fall. Zeig mal rein, Bruder. Ja, Mann, der kommt geil. Der kommt geil. Weißt du was, Bruder? Ich nehme den, ja? Geil. Ich schwöre, ich nehme den, Alter. Dann machen wir am besten jetzt schon direkt was fertig, Bruder. Böse. Dann bin ich komplett durch, Alter. Dann habe ich das Thema abgeschlossen. Dann ist die EP ready, Bruder. Ja? Okay, Bruder, lass mal. Ja, gut. Bruder, dann lass den mal ein bisschen ablaufen, Alter. Ich guck mal, was ich da drauf hinkriege, Alter. Ich nehme schon mein Handy raus. Ich guck ein bisschen, was ich hinkriege, Bruder. Wiebt ja. Ja, Mann, Bruder. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar richtig geile Zeilen. Wallah, das wird krank. Okay, Bruder, ich bin ready. Okay, Bruder. Runden fahren, putze batzen, das ist unser Ding. Kunden warten, profitabel, das ist unser Ding. Nucken klatschen, putzen, knarren, das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Killer, Bruder. Kam gut? Böde, Bruder. Baba. Ja, genau. Ha! Ha! So, Bruder. Wir sind durch auf jeden Fall. Ist gut gewonnen, Whitey? Bruder, das ist ein krankes Ding auf jeden Fall. Ja? Die EP, Bruder, was ist das für ein EP? Krank, oder? Heftiger Sound. Killer, Bruder. Geil. Mach mal an einmal die Hook, Bruder. Gib dir. Runden fahren, putze batzen, das ist unser Ding. Kucken warten, profitabel, das ist unser Ding. Lucken klatschen, putzen, knarren, das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Ich hoffe, alles richtig geil, Bruder. Genau so, wallah. Genau so habe ich mir das vorgestellt, Bruder. Du bist einfach... Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Richtig geil, Mann. hat man direkt bock jemanden auf fressen das wird krank bruder das ist unser ding ich geil heute die on the flex alter heute hat alles wieder weggeflecht geiles bruder nicht geil bruder also ist die ep jetzt durch dann oder wir sind fertig aber wir sind fertig killer oder jetzt war bald so supremos ich bin auf jeden fall zum ende gekommen die ep steht ich habe viel mühe viel kraft reingesteckt ich bin der meinung ich habe auf jeden fall richtig geile ep auf die beine gestellt und ihr werdet es auf jeden fall bald hören das erste video schon draußen das war aber gerade mal der erste schritt im und dreht die ganzen videos und der immun kennt der weiß sowieso der typ ist motherfucker und ja was euch großartig sagen es sind auf jeden fall noch richtig geile features drauf aber lasst euch überraschen ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht vor so cds zu machen aber dann habe ich mir gedacht weiß was kommt macht eine limitierte anzahl an cds pack noch ein kleines geschenk drauf für die krassen supporter da draußen wir wissen sowieso ihr supremos ihr seid keine fans ihr seid richtige soldaten ich hoffe auf euren support und lasst uns auf jeden fall was richtig groß schaffen ihr wisst bis heute supremos sindicat eua und 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 Bis zum nächsten Mal.